Der Petit-Basset-Griffon-Vendin ist eine von der FCI anerkannte französische Hunderasse. Geschichte Lange Zeit hatte der Petit-Basset-Griffon-Vendin den gleichen Standard wie sein großer Verwandter, der Grand-Basset-Griffon-Vendin. Nur in der Größe unterschieden sie sich. Allerdings war er bei geringerer Größe genauso schwer wie der Grand-Basset-Griffon-Vendin und hatte krumme Beine. Also brachte ihr Einsatz keine guten Ergebnisse. M. Abel-Desamir schuf deswegen einen eigenen Zuchtstandard für den Petit-Basset-Griffon-Vendin. Nun war nicht nur die Größe dieser Rasse kleiner, sondern alle Maße verringerten sich auch proportional zur Körpergröße. So entstand ein guter Jagdrund. Bei der ersten französischen Meisterschaft zur Hasenjagd belegte eine Meute Petit-Basset-Griffon-Vendins sogar den ersten Platzbeschreibung. Der Petit-Basset-Griffon-Vendin ist ein 34 bis 38 cm großer Jagd und mit hartem Haar, das nicht zu lang sein sollte. Es gibt ihn in schwarz mit weißer Schäckung, schwarz mit falbfarbenen Abzeichen, schwarz mit sandfarbenen Abzeichen, falbfarben mit weißer Schäckung und falbfarben mit schwarzem Mantel, weißer Schäckung. Sandfarben schwarz gewolkt mit oder ohne weißer Schäckung und falbfarben schwarz gewolkt. Seine Ohren sind weich, schmal und dünn mit langem Haar bedeckt. Wesen Diese Rasse liebt es zu jagen. Außerdem mag sie Gestrüpp und Dornenhecken. Sie ist mutig, gehorsam, aber dennoch eigenwillig. Verwendung Der Petit-Basset-Griffon ist ein sehr guter Jagdhund, besonders die Jagd auf Hasen liegt ihm.